Spiel im Bereich von Vertrauen und Wahrnehmung. Und ihr wisst vielleicht, für jeden Piloten sind die schwierigsten Landungen, die man blind machen muss, Nachtflug. Und wenn dann noch Schluchten, Gebirge und Täler dazukommen, wird es noch schwieriger. Wir werden gleich eine große Landebahn hier aufbauen. Das heißt, jeder von euch verteilt sich irgendwo in der Halle. Und jeder ist ein Signalposten zur Landung runter. Egal mit welchem Geräusch, wie auch immer ein Satellit funktioniert. Und Ziel ist es, einem blinden Piloten, der nachts herunterkommt, der die Augen verbunden hat, sicher zur Landung zu bringen. Gut, wir haben die zwei blinden Piloten, die jetzt den Nachtflug machen. Und ihr stellt euch bitte so auf, dass wir einen Startpunkt der Landebahn haben und einen Endpunkt. Und die Landung erfolgt bei mir. Ich bin der Tower. Ich bin der Tower. Ich bin der Tower.